Musik Es ist echt anstrengend Entweder man hat das Eiergefühl Und tief in seinem, das ist wie so ein kurzes Zwicken Wenn du merkst, aha, das ist das richtige Timing Dann fängt es in deinem rechten Oden kurz an zu zwicken Oh, okay, zack Oh, okay, zack Entweder man hat dieses Timinggefühl Einfach in den rechten Oden Oder halt nicht Gegen den Michael Myers, aber vielleicht die anderen Wenn er Phase 3 ist Wow Wow Oh mein Gott Alter, Dankeschön Andrew Ryan für deinen Sommendes Trony Und ich wünsche dir eine herzlichste Bleibe im Klärischen Weg Halleluja, Halleluja Vor allem gucke ich da 300 Mal hin in diese Richtung So als wenn ich da noch nie nachgeguckt habe Fucking fuck shit Ich renne schneller die Runde als er Guck mal, ich hole die doch auch weiter Gleich überrunde ich ihn Guck mal, ich bin schneller als er Andere Funktioniert ja, Alter, Hammer Cool Na Leute, jetzt kann ich immer so machen, hier Hey Leute, schaut mal auf meinen Monitor Boom Leute, schaut mal wieder auf den Normalbildchen Bitte, freihändig, Leute, freihändig. Boah, bin ich swaggy jetzt, ne? Ich hab jetzt nen fucking Switch. Geht runter wie ein Bruder, wie Sahne, wie alles. Alles, was schmierig ist und schneller runter geht. So runter geht das. Mein Gaumen ist grad voll kitzelig. Wenn ich mit meiner Zunge meinen Gaumen berühre, dann kitzelt das voll. Und du haust dir einen Schenkelklopper nach dem anderen raus. Und du denkst dir nur so, Alter, wenn ich nicht streamen würde, ich würde dir 24-7 über mich selber lachen, weil ich mich so unglaublich lustig finde. Hahaha. Und ihr alle so, hat er sich in letzter Zeit nochmal erschrocken oder so? Ansonsten gehe ich jetzt zu Grenz. Boah. Alter, ey, Captain, ich zeig mich niemals. Da war auch ein bisschen Musik hier. Oh, ja. Hat sich ja gelohnt, die Runde, Leute. Für 14.000 Punkte spiele ich gerne nur 20 Minuten lang. Das sind weniger als 1.000 Punkte pro Minute. Wie das denn dagegen angekämpft würde? Der hängt gerade an seinen PC und kloppt die Leertaste zum Brei. Ich bin da verarscht. Und ich hoffe, du hast einen ordentlichen Herzen- und Hypen-Spam. Ich kontrolliere das mal hier. Das reicht mir doch nicht, Leute, ne? Wir üben das jetzt mal. Lasst mal, ne? Macht jetzt mal einen richtig ordentlichen Herzen- und Hypen- Herzen vor allen Dingen. Ein Herz- und Hypen-Spam. Halbsten? Schon wieder bin ich behindert? Ein Herz- und Hype-Spam. Alter, what the fuck? So schwer ist es gar nicht. Durch. Stylisch Outplay an der Stelle, ne? Da weiß einer, wie man den Killer verwirrt. Ab ins Basement mit ihm. Hey, Twist. Brauchst du Hilfe? Alter, ey, der hat einen Recovery-Time von Null, Leute. Der hat Unrelenting mal zwei. Klatsch, klatsch, Alter. Alter, der hat keinen Recovery-Time, Leute. Also, Zünd an. Wir machen mal jetzt... Ich gucke mal, was Zünd ist. Also, seid ihr bereit für Zünd? Ihr seid bereit, oder? Okay, ich drehe jetzt mal hoch. Zünd. So. Das war jetzt Zünd. Alter, kann ich nur eins von den Dinger benutzen. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht irgendwas zu fett zusammen mixen, sondern ich habe halt immer nur so eins. Nein, nicht. Oh mein Gott, Dwight! Mann, Alter, ich wusste es schon. Ich habe schon... Ich habe in den Augen von Dwight gesehen... Oh, die Falle wird das Arm. Cool. Cool. Yo! Hopps, das A. Was? Ich bin frei. Und... Alles ist dran. Alles ist dran, Leute. Ich lebe. Hm. Ja, du bist safe. Ja, du bist safe. Ja, du kleiner Schinil. Ja, du bist sowas von safe. Keine Sorge, Schinil. Ich hole dich hier runter. Jetzt rennt er weg, Gäse. Das machen die immer nach so einer Massage. Nach so einer Massage rennen die immer voll weg einfach. Weil die sich denken, Alter, was das für ein verrückter Alter. Ich gehe hier weg. So ähnlich sehen uns... Ich bin meine Schwester gar nicht. Sorry. Der Esel, der hört sich ja immer zuerst. Also, meine Schwester und ich. Surprise, my fucker. Ich bin einfach da. Ihr schreibt ihn nicht in meinem Chat. Oh ja, klar. Ich habe Zeit... Alter. Daenerys? Oh mein Gott. Alter, ich kämpfe an. Hier wieder runter. Hier raus. Die klebt mir also eins. Alter, natürlich, ey. Fuckin' das ist... Ich hasse euch. Nenn deine Pfoten von meinem Hals. Wir sind jetzt nicht mehr glör. Wir sind jetzt nur noch half glör. Obwohl, man sieht die Hälfte, oder? Ich muss hin. Guck mal, hier bin ich unsichtbar, Leute. Hier. Komplett. So. Und. Ich bin ein tanzender Kopf. La, 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 la. Also, die Killer werden jetzt disrespected von einem schwebenden Schädel. Geht ab, Leute. Jetzt geht ab. Was war geil? Große Kunst, das zu erraten. Da muss ich gar nicht hinstellen. Da renne ich gar nicht hin. Denn ich renne... ...zur Paranette. So, komm, wir dreh' ne Runde. Komm. Ich bin kein Infinite Juker. Ich brauch das nicht, um dich zu juken. Das Gute ist, wenn ich jetzt da unten bin, rennen die nicht raus, sondern hol' mich auch runter. Ich bin heute noch King of the Kill. Oh, yeah. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Komm, noch einmal ein bisschen. Oh. Ja, noch eins. Einschlag. Einschlag. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Schon wieder. Ja. 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 Ja, Alter, die hat acht Ports, ey. Leute, wie er da runtergeschnittert ist. Warte mal. Bo, 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 bo. Dö, dö. Dö, dö. Alles klar, Alter. Weil ich weiß, was ich gesagt hab, ne. Aber für die, die jetzt nicht wissen, was ich gesagt hab, für die haben das einfach nur ne deutsche Bahndurchsage, Leute, ne. Ja, das ist perfekt. Warte, warte. Der Zug fährt heute in Fahrtrichtung 7 aus. Wir wünschen euch eine angenehme Fahrt und, Leute, damit wir sich für die deutsche Bahndurchsage haben. Thank you for traveling. Deutsche Bahn. War das ungefähr so verständlich wie die deutsche Bahndurchsage, Leute? Oh, er hat's verfehlt. Oh, mein Gott. Und jetzt auch keine Paletten. Alter, was hab ich jetzt für ein Pech? Oh, mein Gott, hab ich viel Pech. Ist ja gar nichts. Ho, ha. Hoi. Ho, ist es. Fabian, Fabian. Ho, ist es. Ho, ist es. Ah, ja, Gott. Oh, mein Gott. Hier ist gar nichts. Ho, Gott. Geh aus. Du, Phase 3. Ho, ist es. Ho, ist es. Scheiße. Ah, scheiße. Alter, what the fuck? Wir haben dir eben die neue Folge von Peric angeschaut. Sketchley. Klöder, ein Ansatz. Ich habe eine Biene verschluckt. Hab mich gefickt. Halleluja. Wie höre ich mich denn an, Leute, wenn ich mich auf Radio drehe jetzt? Also, ihr könnt das von mir aus nochmal klippen, damit ich das selber weiß. Aber, also bitte nur einer klippen. Wie höre ich mich an jetzt, wenn ich... Wie höre ich mich jetzt irgendwie anders an, wenn ich hier durch ein Radio sprechen würde? Meine Damen und Herren, und der nächste Mix geht an Mesh-Up Germany. Live in Radio 7. Ja, das ist perfekt. Warte, warte. Der Zug fährt heute in Fahrtrichtung 7 aus. Wir wünschen euch noch eine angenehme Fahrt. Und, Leute, danke für die Deutsche Bahn entschieden. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. War das ungefähr so verständlich wie die Deutsche Bahn-Durchsage, Leute? Und Wiederholung. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Da fehlt noch ein bisschen Hall. Das können wir einrichten. Jetzt habe ich ein bisschen Hall, liebe Leute. Das ist jetzt nur mehr. Und Hall, 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 Hall. So, und jetzt so. Und... Befreien, befreien. Oh, er ist weg. Tschüss. Ja, dein Kuppel ist sonst wo. Ich weiß gar nicht, wo Affadon hin ist. Alter, Affadon ist so weggeflogen. So. Veränderung muss sein. Alter, ich bin hier aber ganz schön hoch, du. Boah. Alter, ich falle fast runter. Gott sei Dank ist mein Stuhl an der Decke angeklebt, Leute. Ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt nach unten fallen. Aber den Boden will ich gar nicht berühren. Alter, moin, Meli Maus. Deine Haare brennen. Meine Haare fliegen gerade in der Luft. Muss auf, was ich über den Kakao hier trinken. Das ist halt nicht, dass er mir hier rausfliegt. Also, guck mal hier. Ich habe Bock drauf, ne? Aber gestern, ja, ja, ging ab. Das war einfach gut, weil? Warte, wie bückt die sich denn? Alter, das ist auch die 80 Jahre alt. Die bückt sich so, mit der, mit der einen Hand am Rücken, so. Oh, der guckt. Ries, ne? Und boom. Oh, die Art der Tömpelette. Everybody was Kung Fu fighting. Those kids were fastest lightning. Ja. Halleluja. 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 Warte, warte, Twist. Okay, und jetzt, 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 jetzt. Oh, yes, Twist, 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 Twist. Oh, das Teamwork. Teamwork. Wir ballern durch. Twist und ich, Leute. Ab. Twist nach sieben Stunden. Das ist einfach so gut. Das hier, Alter. Er ist doch voll, ne? Alter. Und man sich immer darüber lustig macht, wie, warum ist Twist eigentlich immer so emotionslos? Und dann kommt das einfach. Das ist so genial. So simpel und genial. Warum halte ich Twist eigentlich nicht? Au. So viel dazu. Taschenlampe. Verarscht. Iii. Iiii. Oki. Ooooo. Alter. Aaaaa. Hahahaha. Als ob, ey. Jetzt, ich meine, dein grosser Kehrverdammt nochmal. Guck mal, Leute. Jetzt hassen wir die Lieder durch. Jetzt haben wir nur noch drei. Boah, ist doch ein richtiges Bangerlied, oder? Das ist cool. Das hört nur die übelsten Swagger, während die sich an ihr Auto dranlehnen und sich einen Bon auf der öffentlichen Straße gönnen, ne? Und so eine schwarze Käppi zur Seite und so eine Goldkette. Lande. Damit ich das umzappeln kann ich nicht reken. Legt das Trieber euch auch nicht, legt nicht mehr. Die Frame Drops von meiner Seite sind vorbei. Das heißt, alles, was jetzt an Lex entsteht, ist alles eure Schuld. Und Schuld bist ganz allein, du. Der Minislimmer also. All righty. Jetzt haben wir die Minislimmer drauf hier. Komm her, Kinder. Das tut ein bisschen, Handy, Handy, hilf ihm. Jetzt können wir abgehen hier. Baby. Ich bin ein Minion und ich bin ein glücklicher Minion. Alter, wie er auch immer die Richtung wechselt. Das macht das alles hier nur langlebig. Oh mein Gott, ich habe in den Chat geguckt. Oh mein Gott. Und ich gucke in den Chat. Und jetzt kommt Adrenalin. Oh Gott, ist das Disrespect. Das scheint ein guter Spot zu sein. Hier hat man einen Überblick, Leute. Hier kann nämlich nicht viel passieren. Und solange er diese Palette nicht kaputt macht, habe ich hier einen Infinity-Ju. Nur solange er die Palette nicht kaputt macht. Ja. Oder auch nicht. Abgelogen. Doch keine Flitte. Alter, viels Batman. Da hängt sie. Was? Wo? Loll, was? Was? Wie ist der? Von wo? Wann? Wie? Wann ist der hinter mich gekommen? Alter. Das ist tut dies unlogisch, Meier. Guckt ihr es mal an, Leute. Guckt ihr es mal an. Speedhack. Ja, der Twister ist auch so erstaunt, Alter. Oh, der ist aber schnell. Der ist aber flott, Alter. Der geht ja ab, ey. Alter, der hängt hier erst ja richtig schnell. Alter, alles klar. Oh, Alter, yo. Alter, guck mal, wie der abgeht. Yo, Alter, was geht mit dir? Guck mal, da bin ich ein Team. Ich... Guck mal. What the fuck? Alles klar. Save the best for last. Auf Deutsch übersetzen. So, hören wir uns mal an die Übersetzung an, Leute. Töte ihn zuerst. Siehste? Google Übersetzer sagt, töte ihn zuerst. Deswegen hat er mich auch sofort gekillt. Weil das Perk hat es auch so gesagt. Aha. Oh, wir haben die 100 Zapse knackt, fällt mir grad mal auf. Heilige Scheiße, Jana Elder. Alter, du warst... Du warst... Ne, Miuri. Alter, Miuri. Hab ich voll vergessen. Oh mein Gott. Miuri, Mann. Vielen Dank für deinen Resub. Und ich wünsche dir... Er hält nicht automatisch nach, wenn man auf Null Schuss ist? Was ist denn das für ein Move? Alles klar. Erstmal Warp spielen. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin auf Null Kugeln und er lädt nicht automatisch nach. Ey, feels Batman. Ich häng da. Hey, klick, 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 klick. Hey, 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 hey. Ich hab nix, ey, das ist so nicht mehr. Ich nehm mir die hier. Ach, Kugeln. Jetzt bin ich... So, jetzt hab ich auch Kugeln. Zeig dich. Okay, heilen wir uns, Alter. Wir machen die fertig, die, Alter. Wenn uns keiner... Oh, na, sei... Oh, mein Gott, Alter. Wo kommt die denn her? Alter, fuck das. Deswegen meinte ich, wenn man ins Lager springt, dann geht's darum, wert schneller Waffen. Und ich hatte keine. War tatsächlich was Sinnvolles. Ich hab nur ne Revolver hier gefunden und ne Granate mehr. Ist alles scheiße. Boah, Alter, den haben wir echt geballert. Äh, hä. Sehr gut. Sehr fein. Haben wir noch einen Rucksack? Boah, wie gern will ich das Ding mitnehmen? Oh, ho, ho. Boah, wie gern will ich das Ding mitnehmen? Oh, ho, ho. Boah, Alter. Da waren zwei AKs mit Munition. Da war ein Treffer. Ah, sind beide tot. Oh, ey, der schießt wie ein wilder rum. Brr, Alter, ey. Ich hab den zwei Treffer gegeben, noch einen Punkern-Treffer und der Typ steht immer noch. Wie ist das hier? Aber ich spiel hier gegen Titan-Menschen oder was, ey? Alter, fuck das. Jo, der schießt auf meinen Wagen. Ah. Oh Gott, ich brenne. Oh, scheiße. Mein Wagen ist Schrott, Leute. Wir müssen weg hier. Oh. Da war doch hinter mir einer her. Ich musste noch so weit fahren, wie es geht. Ich konnte nicht aussteigen, Alter. Was? Fick ihn weg. Fick ihn weg. Alter. Ja, ich bin weggeflogen. Ich treff nicht. Ich hab den mit dem Auto voll weggekickt. Ich hab den aus meiner Mini... Ich treff den nicht. Weder treff ich ihn, und dann kick ich ihn auch noch weg. Oh Gott, von zwei Seiten. Ja. Ja, noch einer hier. Ja. Oh Gott, im Helm hier ist noch einer gewesen. Kein Helm auch. Oh Gott. Jo, von zwei Seiten wirst du beballert. Jo, ich hab auf seinen Kopf geschossen. Ich hab mitten auf seinen Kopf geschossen. Safecore, Leute. Ich brauch einen Clip. Clip. Ich muss sehen, wo mein Cursor war. Ich hab geschossen auf seinen Kopf. Safecore erst mal auf seinen Kopf. Ich hab den zuerst gesehen und verfehle den ersten Pumpkin-Schuss. Ich hab's so verdient, einfach jedes Mal zu sterben. Ich hab's so verdient. Jeder normale Typ würde den Pumpkin-Schuss treffen. Ich hab ihn zuerst gehört. Ich wusste, dass er kommt. Er war von mir überrascht. Und ich verliere trotzdem. Ah. Ist ein Helm. Ah ja. Hab ich auch gemerkt, als da unten Condition und sowas stand. Ah. Ah. Okay. Gute. Hui. Oh, noch einer. Ah. Jo, der schießt mich außen. Alter, ich wollte mich erst mal... Oh. Puh. Alter. Da war noch ein Wagen. Da wollte ich mich grad nochmal hochladen. Ich hasse es, wenn ich so überraschend weggemacht werde. Alter, der wär safe irgendwo hinter mir gewesen. Toll. Boah. Guck mal, haben wir das Auto schon halb runtergefahren, Alter? Hihihi. So. Das Auto haben wir halt... Okay, Leute, ne? Alles klar. Eingeparkt hier. Ich geh hier keinen Schritt... Ja, als ich muss. Wir sollten gebannt werden. So unfair, wie wir spielen hier. Hallo. Ich finde, die zu krassen Spieler wie ich sollten einfach gebannt werden aus diesem Spiel. Und ich wünsche dir... Ah. Jetzt ist keiner von der Seite. Oh mein Gott. Wo kommt die denn hin? Alter, fuck das. Der will ich das Ding mitnehmen. Oh. 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 Sind beide tot. Oh. 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 Ich hab auf seinen Kopf geschossen. Ich treff nicht. Ich hab den mit dem Auto voll weggekickt Ich bin die zu krassen Spieler Wie ich sollten einfach gemannt werden Aus diesem Spiel